Anna Ben-Fei Schuppe Waldeszauber Gelesen von Jasmin Stab Die herrlichste Waldespracht erhebt sich in dem Landstrich, Thüringen genannt, in Deutschland. Die nicht allzu hohen Berge sind bedeckt von ungeheuren Wäldern, welche den schönsten Baumschlag enthalten, und zwar von einer Frische, Gesundheit, Urwüchsigkeit, wie man ihn auch in sonst ziemlich waldreichen Gegenden nur selten antrifft. Eine Partie verkrüppelter Bäume mit abgestorbenen Zweigen ist nirgends zu sehen, sondern nur himmelanragende Fichten und auch andere Nadelhölzer mit schlanken Stämmen oder pyramidenförmig mit breiten, üppigen Zweigen, die sich schon unten am Stamm nahe dem mosigen Erdboden in entzückender Üppigkeit entfalten. Auch kleinere Striche Laubwald wechseln mit dem Nadelholz ab und bilden einen lieblichen Kontrast für den Beschauer. Je nach der Sonnenbeleuchtung schillert der Fichtenwald mitunter fast blau-schwarz und der Laubwald daneben blickt im frischesten Grün. Man kann sich nicht satt sehen an all den verschiedenen Farbenschattierungen, denn die Wiese am Fuße des Berges mit ihren langen zierlichen Gräsern, ihren bunten Blumen, bietet wieder eine andere Farbenpracht, obwohl der Grundton derselben auch das reizendste Grün ist. Lieblich verschlungene Wege führen durch die Wälder, bald da, bald dort steht eine Ruhebank, die zum Sitzen einlädt. Man begegnet auch nicht mehr Bären und Wölfen wie in altersgrauer Zeit, höchstens, dass ein Eichhörnchen den schlanken Baumstamm emporläuft oder eine Rezige mit ihren Jungen uns in den Weg tritt oder helle Kleider zwischen dem dunklen Fichtengrün hervorflattern, welche uns verraten, dass junge Mädchen oder Frauen sich ebenfalls dem Waldeszauber hingegeben haben. Wer einen der berühmten Kurorte in Thüringen besucht, zum Beispiel das Städtchen Friedrichroder, lernt das fröhlichste, harmloseste Waldleben und Treiben kennen, ohne alle Gefahren von Seiten wilder Tiere. Und auch die Geister des Waldes, die holden Waldfeen, sind längst entflohen, je mehr die Wälder gelichtet wurden, je leichter und bequemer es den Menschen gemacht worden ist, in ihre Tiefen und Untiefen vorzudringen. Aber vor dem war es nicht so. Da gab es Zeiten, wo der Schlag eines Holzhauers im Walde die größte Seltenheit war, wo undurchdringliche Partien den Menschen noch ein Geheimnis blieben und man nicht nur die lieblichen Stimmen der Waldvögel ertönen hörte, sondern mitunter auch das Heulen eines Wolfes und manch andere seltsame Laute, die sich die Menschen nicht zu erklären wussten. Da gab es ganz verrufene Stellen, in deren Nähe sich des Abends niemand wagen wollte, wenn es nicht die höchste Notwendigkeit gebot. So ist denn auch einmal eine ganz wunderbare Geschichte passiert, die ich hier erzählen will. Um das Städtchen Friedrichroder herum, welches schon seit Jahrhunderten existiert, waren die Wälder vor grauen Zeiten noch viel dichter als jetzt. Namentlich auf dem Berge, den man den Gottlob nennt, herrschte eine förmliche Wildnis. Und noch darüber hinweg, auf der anderen Seite, wo es tief hinab wie in einen Abgrund zu gehen schien. Noch niemand hatte es gewagt, sich dorthin durchzudrängen. Und zwar weniger wegen den etwaigen Bären und Wölfen, die ihm vielleicht begegnen konnten, sondern weil diese Gegend in dem Ruf stand, von vielen Waldfeen und auch von einigen männlichen Waldgeistern bewohnt zu sein. Die Leute behaupteten, es wäre dort nicht recht geheuer, und jeder war froh, wenn er im Dunkeln nicht am Rande des Waldes vorbeipassieren musste. Doch nein, nicht jeder. Es lebte nämlich in Friedrichroder ein junger Jägersmann, namens Martin Boberlein, der in Diensten des Grafen von Giebichen stand und manches Stück Wild für Letzteren erjagen musste. Der Martin war ein kecker Bursche und sehnte sich, einmal etwas recht Wunderbares zu erleben. Da ging er mit seiner Flinte oft tief in den Wald hinein. Nebenbei gesagt, das Pulver war schon erfunden. Und die Leute auf den Feldern in der Nähe hörten bald ein Piff und Paff und dachten, der Martin verschafft wieder seinem Herrn einen köstlichen Praten. Manchmal stieß er auch in sein Waldhorn hinein. Aber weit gebracht hatte er es nicht im Blasen. Es waren bloß einzelne Laute, die er ertönen ließ in der Freude seines Herzens, wenn es ihm so gut im Wald gefiel. Denn er hatte eine große Neigung für den Wald. Das war noch mehr als Naturschwärmerei. Er begriff es selbst oft nicht, denn immer zog es ihn dahin, auch wenn der Sturm in den Wipfeln sauste oder wenn die Blitze zuckten und der Donner fürchterlich rollte. Es ist vermessen von dir, hatte sein Bruder Klaus einst zu ihm gesagt. Beim Gewitter darfst du nicht in den Wald gehen. Und wenn du dort den größten Schatz heben könntest. Damit hatte der Klaus wohl recht. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, sagt das Sprichwort. Und die Heilige Schrift lehrt uns, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Aber sonst war der Klaus ein rechter Hasenfuß. Er war verheiratet, hatte einen kleinen Kramladen im Städtchen und besaß ein kleines Söhnchen von zwei Jahren, welches Dietmar gerufen wurde. Von Martin war es aber eigentlich nicht Vermessenheit, wenn er auch bei grausem Wetter sich in den Wald schlug. Es zog ihn wie an den Haaren dorthin, er wusste nicht, warum. Nur sagte er sich selbst, dass er wohl im Wald einmal etwas Wichtiges erleben werde, dass ihm dort ein wunderbares Glück begegnen müsse. Darum fühlte er sich oft so getränkt, dorthin zu eilen. Er besaß freilich auch einen wahren Löwenmut, war aber dabei ein kreuzbraver Junge mit dem besten Herzen von der Welt. Wer ihn so in seinem grünen Wämslein mit dem etwas schiefsitzenden Hut auf dem Kopf, den stets ein grüner Zweig zierte, fröhlich und rasch dahinschreiten sah und ihm in das frische, hübsche Gesicht blickte, aus dem ein paar kluge, dunkle Augen hervorleuchteten, während ein tiefbrauner, kleiner Schnurrbart seinen roten Mund zierte, um den oft ein freundliches Lächeln schwebte, der sah noch einmal genauer hin und dachte wohl, behüt dich Gott, du junges Blut. Wie oft war der Martin nicht schon gefragt worden, ob er etwas Wunderbares bereits im Wald erlebt hatte. Mit schalkhaftem Lächeln antwortete er dann, »Ich habe noch nichts gesehen.« Aber dass er schon von fern aus der Tiefe des Waldes süßen Frauengesang gehört, das sagte er nicht. Oh, er hatte noch mehr erlebt. Einst, wie der Herbststurm über die Berge und durch die Wälder brauste, an den Häusern rüttelte, in den Schornsteinen heulte, war er in den Wald gegangen, und zwar an der verrufensten Stelle. Obwohl Martins Lungen kräftig waren, so ging ihm bei dem Brausen des scharfen Windes mehr als einmal der Atem aus. Den Hut hielt er bereits in der Hand, denn auf dem Kopf blieb er nicht. Mühsam hatte er ihn nur festgehalten, als der Orkan das schmucke Jägerhütchen in die Lüfte heben wollte. Im Wald, wo es bereits stockfinster war, hatte Martin um diese Zeit nichts zu suchen, und doch drängte es ihn gewaltig, gerade bei dem Aufruhr in der Natur, sich dort einmal umzuschauen. Freilich war es gefährlich genug, denn im Walde krachte und knackte es, als wenn manch dürrer Zweig, sogar manch alter Baum, unter der Wucht des brausenden Sturmes herunterfiel oder zusammenbräche. Wie leicht konnte den Verwegenen ein sinkender Baumstamm treffen und stark beschädigen, wenn nicht gar töten. Aber Martin konnte seinem heißen Drang nicht widerstehen. Das Sausen und Rauschen in den Wipfeln der Bäume klang ihm wie die schönste Musik. Seinen Jagdhund, den braunen, langohrigen Wulpi, nahm er schon längst nicht mehr gern in den Wald mit. Aber an diesem Abend hätte er das sonst so volksame und treue Tier gar nicht zum Mitgehen bewogen, denn Wulpi lief nur eine kleine Strecke mit seinem Herrn. Dann sprang er an ihm in die Höhe, gab winselnde Laute von sich, lief zurück, kam wieder, schwänzelte zärtlichst, als wollte er Martin zum Umkehren bewegen. Doch dieser wies nur mit der Hand in befehlender Weise zurück. Wulpi verstand das und trabte mit eingezogenem Schwanz so rasch wie möglich der Behausung seines Herrn zu, um sich dort in der im Hof befindlichen Hundehütte zu verkriechen. Martin war bald im Wald. Wenige Schritte nur darinnen und kein Windestosen ließ sich spüren, wenn man auch von oben das Rauschen der Wipfel hörte. Aber stockdunkel war es. Dass es im Wald stiller wurde, konnte nicht als etwas Auffallendes gelten, denn das ist gewöhnlich so. Wer bei heftigem Wind vom Feld in die Waldeshallen eintritt, fühlt sich wie geborgen. Aber dass da und dort zwischen den Bäumen ein Lichtschein aufzuckte und wieder verschwand, der jedoch Martin einen kurzen Überblick über seine nächste Umgebung gewährte, war höchst seltsam. Nun wird sich etwas Wunderbares wohl gleich ereignen, dachte der kühne junge Mann und drang immer weiter durch Gestrüpp und niederhängende Baumzweige. Schon ziemlich weit musste er gewandert sein. Manch lichter Schein hatte die Wildnis für Augenblicke erhellt, als plötzlich nach tiefster Dunkelheit ein rosiges Leuchten sich vor ihm bemerkbar machte, welches nicht sofort verschwand, aber in einem matten, gedämpften Licht, die dicht vor Martins blickenlegende Waldgegend erschimmern ließ. Martin betrat das sanft erhellte Revier und staunte über die ungewöhnliche Pracht der Bäume, die er dort sah. Als er an einem der Stämme in die Höhe blickte, lief ein weißes Eichhörnchen daran herunter und sprang ihm auf die Schulter. Ein weißes Eichhörnchen, das hatte er ja noch nie gesehen. Er wollte es zärtlich streicheln, da sprang es sofort eiligst von seiner Schulter herab. Anrühren ließ es sich nicht. Aber wie merkwürdig! Glaubte er nicht, von fern ein silbernes Lachen von Frauenstimmen zu vernehmen? Jetzt befand er sich im Bann der Zauberwelt. Das war ihm klar. Er spähte durch die Bäume, ob er nicht eine Gestalt entdecken würde. Aber niemand erschien. Doch im Waldesgrund unter den Bäumen sah er das prachtvollste grüne Moos, wie ein Teppich von grünem Samt, in dem sich eine Menge Blumen erhoben, von solcher Schönheit, wie er sie noch nie erblickt hatte. Nun wollte er sich einen Strauß von denselben pflücken. Er beugte sich herab zum Waldboden. Aber sobald er nahe dem Stängel einer Blume war, entwich derselbe seinen fassenden Fingern und verschwand nebst der Blüte im üppigen Moosgrün. Wieder ertönte das silberhelle Lachen von der rechten Seite. Erregt sprang Martin auf und eilte nach rechts. Da lachte es plötzlich auf der linken Seite hinter ihm, so lieblich und schalkhaft, noch lauter als vorher, sodass Martin sich eiligst umwandte. Aber niemand war zu sehen. Ebenso wenig ließen sich die Blumen erfassen. Nur ihr wunderbarer Duft wirkte berauschend auf den jungen Mann. Eine ungeheure Müdigkeit überfiel ihn plötzlich. Er setzte sich wieder ins weiche Moos und lehnte den Kopf an einen Baumstamm. Die Augen fielen ihm zu. Im Einschlummern hörte er von fern ganz leise, sanfte Musik, die wie ein Wiegenlied klang und ihn nach und nach in festen Schlaf einlullte. Er musste wohl lange geschlafen haben, denn als er endlich erwachte, schien die Morgensonne bereits durch die dichten Zweige der Bäume. Rasch sprang er auf. Er fühlte sich wunderbar erquickt. So gut hatte er ja noch nie geschlafen. Mit Spannung blickte er nun um sich. Aber da war nichts Seltsames zu sehen. Er befand sich im gewohnten Waldrevier. Die Bäume waren die Alten, längst Bekannten, auch keine Wunderblumen waren zu sehen, kein betäubender Duft zu atmen. Derselbe würzige Waldgeruch, wie er ihn seit seiner Kindheit kannte, umströmte ihn. Die Vöglein zwitscherten wie gewöhnlich ihr Morgenlied. Und Martin fasste sich an die Stirn, schüttelte den braunen Kopf und dachte nach, ob er nur einen schönen Traum gehabt. Aber nein, das konnte er sich nicht einreden. Er hatte alles wirklich und wahrhaftig erlebt. Nun aber rasch nach Hause, sagte er zu sich selbst. Niemand braucht zu erfahren, dass ich die Nacht im Wald zugebracht habe. Glücklicherweise konnte er sein wundersames Erlebnis für sich behalten. Sein Ausbleiben war nicht bemerkt worden. Und er blieb deshalb mit Fragen verschont. Aber, dachte er, das war nur der Anfang. Ich werde noch mehr erleben. Sicher stehe ich bei den Waldfänen Gunst. Sonst hätten meine Augen und Ohren nicht diese seltsamen Dinge erschaut und gehört. Sobald der Vollmond sich am Himmel zeigt, will ich ein neues Wagnis unternehmen. Denn gerade beim Vollmondschein soll das Geistervölkchen am ehesten zu erblicken sein für Menschenaugen. Sehnsüchtig schaute unser Martin nun jeden Abend nach dem Mond aus. Aber er blickte vorläufig nur denselben in Gestalt einer Sichel. Doch wie das Sprichwort sagt, unverhofft kommt oft, so erging es ihm an einem schönen, milden Herbsttag, welcher beinahe frühlingsduftig wirkte. Martin ging in den Wald und zwar unwillkürlich jener Stelle zu, die ihm bereits solch wunderbares Glück geboten. Er ging mit seinem Mordgewehr im Arm, um seinen Jägerpflichten zu genügen. Graf von Gebichen aß gern ein gutes Stück Wildbret. Nun kam noch dazu, dass sein kleiner Sohn Hans sich ein junges Reh zum Spielgenossen wünschte. Martin hatte den Auftrag, ein solches zur Stelle zu schaffen, welcher Mittel er sich auch dazu bedienen wollte. Sinnend und träumerisch wandelte er unter den hohen Bäumen dahin. Kaum regte sich in ihm der Wunsch auf reiche Jagdbeute. Er mordete nicht mehr gern die schönen Tiere des Waldes, obwohl er sonst ein eifriger Jäger gewesen war. Wieder standen die Bäume immer dichter zusammen und das Strauchwerk und Gestrüpp erschienen undurchdringlicher als je, während die letzten Strahlen der Abendsonne sich doch in die würzig duftende Wildnis hineinwagten und manches Zweiglein in goldenem Schein erglitzern machten. Sinnend blieb Martin stehen, auch Wulpi gab sich einer trägen Ruhe hin und kuschelte sich behaglich ins Moos. Oder sollte seine Hundeseele auch von poetischen Empfindungen berührt worden sein? Da raschelte es in den Zweigen und hervor aus der grünen Dämmerung tritt ein großes weißes Reh, gefolgt von einem kleineren. Es war eine Rehziege mit ihrem Jungen, welch letzteres aber schon nicht mehr wie ein Zickel ausschaute, sondern bereits den Stand eines Babys überwunden hatte. Mit ihren schönen Augen schaute die Rehmutter treuherzig den Jäger an. Doch dieser, obwohl ein Gefühl des Mitleids ihn durchschauerte, dachte an seine Verpflichtungen, griff nach seiner Flinte, spannte den Hahn und wollte eben losdrücken. Da wurde sein Arm plötzlich zurückgehalten. Martin schaute um und erblickte ein wunderschönes Weib. Wie geblendet von der Erscheinung, voll des süßen Schreckens prallte er zurück. Wulpi legte sich der Schönen demütig zu Füßen und bewegte sein Schwänzel. Du darfst sie nicht töten, sprach das Weib. Diese weißen Rehe stehen unter dem besonderen Schutz der Waldfeen. Mit weit aufgerissenen Augen, wie unter einem Zauberbann erstarrt, blickte Martin die Schöne unverwandt an. Eine solch reizende Erscheinung war ihm ja noch nie vor Augen gekommen. Das Gesicht wie Lilien und Rosen, die braunen Augen gewissermaßen leuchtend, im weißen Gewand stand sie vor ihm da und sah ihn freundlich an. Die beiden Rehe waren nun auch ganz nah herangekommen. Und die Schöne streichelte die Rehmutter zärtlich, welche ihren Kopf in die Falten des weißen Gewandes schmiegte. Nun lächelte aber die Holzselige, als sie sah, wie Martin sich gar nicht zu fassen vermochte. Ich kenne dich schon lange, sprach sie mit melodischer Stimme. Ich weiß, dass du ein liebevolles Herz besitzest und nicht gern die Tiere des Waldes tötest. Wer bist du? fragte nun der Jäger voll Spannung. Ich bin die Waldfee Silvana. Da wollte der junge Mann ihr zu Füßen sinken. Aber sie suchte es zu verhindern. Als sie noch zusammenstanden, veränderte sich auf einmal die Gegend in jene Stelle mit den seltsamen Blumen und dem üppigen Moosgrund, welche Martin schon kannte. Ja, dort war die Moosbank, die er gesehen und dort der Baumstamm, an den er sein Haupt gelehnt, als er im weichen Moos sitzend, damals sanft entschlummert war. Oh, nur jetzt kein Einschlummern. Jetzt wollte er alles auf das Lebendigste erfassen, was ihm die zauberhafte Gegenwart bot. Silvana nötigte ihn, sich neben sie auf die Moosbank niederzulassen. Sie sprach in solch lieblicher Weise zu ihm, wie er es noch nie von Menschenlippen gehört hatte. Manchmal lachte sie auch laut, da erkannte er, dass es dasselbe melodische Lachen war, welches ihn damals gefoppt hatte. Aber jetzt fühlte er nur Wurne und Seligkeit. Wie kannst du, böser Mann, einen solchen grausamen Beruf ausüben? frug Silvana. Was soll ich machen? antwortete Martin. Ich bin im Dienst des Grafen von Giebichen und muss meine Jägerpflichten erfüllen. Wenn er mich entlässt, so finde ich nicht so leicht einen anderen Beruf und wüsste nicht, wovon ich leben sollte. Da ertönte wieder das entzückende neckische Lachen. Glaubst du, dass wir Waldfeeen dich vor Hungers sterben lassen würden, weil du Mitleid mit den schönen Waldtieren hast? Oh nein, du stehst unter unserem Schutz. Martin bat nun die Fee, ihm irgendeine kleine Gabe zu spenden, die ihm immer wieder sagen könnte, dass sein heutiges Erlebnis nicht bloß ein süßer Traum wäre. Vergessen werde ich nie diese seligen Augenblicke, fügte er hinzu, aber doch wünsche ich mir ein sichtbares Zeichen, welches mir immer wieder sagt, dass es keine Vision war, was ich heute erlebt, sondern die holdeste Wirklichkeit. Du sollst es haben, antwortete Sylvaner und brach eine der herrlichen Christrosen ab, die dort in Fülle wuchsen. Die Christrose, diese seltene schneeweiße Blume mit hellgrünem Laub, blüht gewöhnlich erst im Winter, an manchen Orten, oft unter Schnee und Eis verborgen. Dort aber, an jener bezauberten Stelle, stand sie im grünen Moos, und zwar in einer Pracht, wie man sie sonst nirgends sieht. Mit Inbrunst ergriff Martin die Rose und verbarg sie in seinem Busen. Wann darf ich dich wiedersehen, Sylvaner? sprach er nun seufzend. So oft du willst, erwiderte die Fee. Rufe nur in den Wald hinein, Sylvaner, oder vielmehr flüstere nur meinen Namen mit dem Wunsch, das ich dir erscheinen soll. So wirst du mich bald erblicken. Martin wollte der Fee soeben wieder zu Füßen fallen, um ihr für ihre Huld zu danken, aber sie wandte sich rasch ab, brach noch eine Christrose und berührte mit derselben die Stirn des Jünglings, welcher wieder zurück auf die Moosbank gesunken war. Mache die Augen zu, bat sie lächelnd. Darauf berührte sie mit der Rose jedes seiner geschlossenen Augen. Martin blickte wieder auf, aber blinzelnd, denn soeben senkte sich der Schlummer auf seine Augenlider. Er sah nur noch, wie die Fee ihm entschwebte. Er streckte die Arme flehend nach ihr aus, aber sie sanken ihm in der Schlaftrunkenheit sofort herab. Nur wenige Augenblicke noch und er befand sich im erquickensten festesten Schlummer. Nach mehreren Stunden erwachte er. Da saß er in der dunkelsten Wildnis, an einen Baum gelehnt, ihm zur Seite der treue Wulpi. Martin blickte auf zum Himmel durch die dichten Zweige. Dort glitzerten noch die Sterne. Rasch griff er in seinen Rock nach der Christrose. Ja, sie war da. Er hatte nicht geträumt. Oh, welches Glück! Nun betrachtete er die Blume. Oh, welches Wunder! Sie leuchtete und diente ihm dazu, um durch den nächtlichen Wald den Pfad zu finden. Rasch sprach er auf, denn niemand sollte etwas von seinem Erlebnis erfahren. Unbemerkt wollte er in sein kleines Heim gelangen. Im Lichte der Rose wandelte er noch glückstrunken. Wie er aus dem Wald ins freie Feld trat, welches die Sterne und die Mondsichel erleuchteten, erlosch das Licht der Christrose. In seinem Heim legte er sich nochmals nieder und schlief bis zum Morgen. Bei seinem Erwachen fielen seine Blicke sofort auf die Rose, welche er während des Schlafes in der Hand gehalten. Wiederum war eine Veränderung mit der Plume vorgegangen. Die weißen Blätter der Blüte strahlten in reinstem Silber und das grüne Laub hatte sich in Gold verwandelt. Martin war ganz erschüttert. Er erkannte daraus, dass die Feen für ihn sorgen würden, wenn er seine Stellung verlieren sollte. Der Verkauf dieser Blume würde ihn vor der Not eine Zeit lang bewahren. Aber so wie er jetzt fühlte, wäre sie ihm ja um keinen Preis feil gewesen. Wie in einem Glückstaumel wandelte er umher. Er zweifelte ja nicht, dass er die holde Fee wiedersehen würde. Freilich war es ihm sehr unangenehm, dass er den Wunsch des kleinen Hans noch nicht erfüllt hatte. Es sah auch sehr fraglich aus, ob er ihn jetzt erfüllen würde, denn er hätte jetzt kein junges Reh dem Wald entführen mögen. Allerdings waren es nur die Weißen Rehe, die zu den besonderen Pflegebefohlenen der Feen gehörten, aber Martin wusste sehr wohl, dass das ganze Edelwild des Waldes von den Feen gern geschützt wurde, soweit ihre Macht eben reichte. Darum wurde es ihm jetzt sehr schwer, seine Jägerpflichten zu erfüllen. Seine Bekannten in Friedrich Ruder schauten ihn ganz erstaunt öfters an, weil er stets wie im Traum umherging. Dabei sah er aber so glücklich aus, dass niemand sich seinen Zustand erklären konnte. Nur sein Bruder Klaus schüttelte immer wieder den Kopf. Martin, Martin, sprach er einst, bist du verhext oder verzaubert? Du hast im Wald gewiss etwas Wunderbares erlebt. Wenn du nur nicht so hartnäckig schweigen wolltest, dann wäre der Zauberwald gebrochen. Tu mir den Gefallen, lieber Klaus, und bekümmere dich nicht um mich, antwortete Martin. Mir ist sehr wohl zumute. Ich bin eben eine andere Natur wie du. Und dem guten Martin wurde noch immer wohler ums Herz. Oft flüsterte er den Namen Silvana im Wald, und dann trat die schöne Fee plötzlich aus dem Dickich der Bäume hervor. Der Spätherbst machte sich bereits in manchem Novembersturm bemerkbar. Ja, einzelne Schneeflocken waren schon vom Himmel gefallen. Aber ein Nadelholzwald bleibt ja auch im Winter grün, ebenso sein Moos, welches dann lieblich unter Schnee und Eis hervorlogt. Und so schadeten die ersten Schneeflocken nicht im geringsten der Schönheit unseres Waldes, und noch viel weniger dem Zauberrevier tief innen. Ja, was Martin kaum für möglich gehalten, die reizende Silvana wurde seine Braut und versprach ihm, als sein treues Weib nach Friedrich Ruder zu folgen. Es kostete der schönen Fee keinen geringen Kampf, denn die anderen Waldfeen zürnten ihr darob. Silvana besaß ihre Freiheit und konnte also diesen ungewöhnlichen Schritt sich mit einem gewöhnlichen Sterblichen zu vermählen unternehmen. Aber diese Freiheit blieb ihr nur, solange sie und ihr Gatte das Geheimnis ihrer Herkunft hüteten. Wurde dasselbe verraten, dann musste sie ihren Gatten verlassen und wieder in den Wald zu ihren Schwestern zurückkehren. Selbst wenn der Gatte sich vergessen und sich schlecht behandeln sollte, war sie dem Zauberband verfallen. Aber dann nicht sofort wie bei dem Verrat ihrer Herkunft. Im Falle unwürdiger Behandlung hätte man doch noch eine Zeit lang gezögert, sie zurückzuholen, in der Hoffnung, dass der Gatte sich bessern würde. Das waren Feengesetze. Silvana hatte sie Martin mitgeteilt, dass er sie jemals schlecht behandeln könne, das hielten beide für unmöglich, und das Geheimnis wollten sie beide aufs strengste verwahren. Es war kurz vor Anbruch der Adventszeit, an einem dunklen Abend, da trat der Jäger mit Silvana vor den ehrwürdigen Pfarrer hin. Nur diese einzige Ausnahme war von den Feen gestattet, und zwar gegen die Leistung eines heiligen Schwures, dass der Hochwürdige nie das Geheimnis verraten würde. Der Pfarrer war ein alter Mann mit schneeweißem Haar. Bald, als das junge Paar vor ihm hintrat, durchschaute er die Sache, denn er war reich an Erfahrungen. Zuerst wollten die jungen Leute nicht Silvanas Herkunft bezeichnen, aber der gute Pfarrer musste es doch erfahren. Ehe sie es noch gesagt, sprach er zu ihnen, ich erkenne wohl, wie es um eure Sache steht. Wollt ihr es wirklich wagen, euch zu verbinden? Wird die Braut im Stande sein, sich als eine gewöhnliche Frau zu benehmen und eine Haushaltung zu führen? Silvanas versprach es. Der Pfarrer leistete den Schwur und alles wurde geordnet nach christlichem Brauch. Silvanas wurde in das Kirchenbuch als Margarete Waldner eingetragen. Die Trauung wurde für einen der nächsten Tage bestimmt, aber um Mitternacht, damit nur alles Aufsehen vermieden werden konnte. Als Trauzeugen waren der Alte Küste und die Kreise halb taube Haushälterin des Pfarrers zugelassen. Beiden Zeugen wurde auf das strengste eingeschärft, von dieser Trauung zu niemand zu sprechen. Dass Margarete Waldner eine Waldfee war, erfuhren war ein lichter Schimmer getrunken. Ein anderer glaubte von seinem Lager aus unter dem Sausen und Brausen der Fichten des Waldes einen Wehruf vernommen zu haben, wie von einem Chor weiblicher Stimmen. Das hat was zu bedeuten, tuschelten die Leute zueinander. Gott behüte uns vor Krieg. Ich muss dem Martin doch einmal ins Gewissen reden, sprach des nächsten Tages der Klaus zu seiner Babel, seiner Frau, dass er jetzt nur nicht so viel in den Wald geht, und zwar in der verrufensten Gegend, wie es ja seine Gewohnheit sonst ist, denn dieses Tosen in der letzten Mitternacht dort ist nicht ohne Bedeutung, es klang wie ein Rauschen und Aufbrausen des Zornes. Die schöne Braut hatte es auch vernommen unter der Zeremonie der Trauung, denn sie erbleichte plötzlich und ihre Augen schimmerten feucht. Als Klaus am anderen Morgen seinen Bruder aufsuchen wollte, hörte er von Leuten, die in der Nähe wohnten, dass Martin sich zum Grafen sehr zufrieden, denn nun hielt er den Bruder der Gefahr des Waldes Zaubers entrückt. Martin war sofort mit seiner Frau nach der Trauung davongeritten. Ein Bündel Sachen lag dazu schon bereit. Zu damaliger Zeit war ein Wagen nicht so leicht zu haben. Martin besaß ein Pferd, das sollte sie beide zusammen nach den Besitzungen des Grafen Gebichen bringen. Aber obwohl die Waldfeen ihrer Schwester, die sie verlassen, zürnten, so ließen sie dieselbe doch nicht im Stich. Als Martin soeben seine Frau auf das Pferd heben wollte, sprengte ein weißer Hirsch heran, beugte seine Vorderbeine und leicht und behend schwang sich Silvana auf seinen Rücken. Aus dem Geweih des Hirsches flammten kleine Lichtlein auf, sodass das junge Paar im Dunkel der Nacht Hütte am Wald, nicht unfern der Gebichener Ritterburg. Diese Jägerhütte hatte schon längst Martin zum Aufenthalt gedient, wenn er in den dortigen Waldungen jagen musste. Wieder beugte der Hirsch seinen Vorderleib zur Erde und Silvana sprang herunter von seinem Rücken. Noch eine zärtliche Lebkosung der Fee und das edle Tier flog fast mit Blitzesschnelle davon, zurück in sein Revier. nahm Silvana ihren Brautkranz vom Kopf und überreichte ihn Martin. Das ist meine Mitgift, sprach sie, und Martin sah mit Staunen, wie sich die weißen Rosen in Silber und die grünen Laubblätter in Gold verwandelt hatten. Mehr steht mir nicht zur Gebote, sprach Silvana. Aber wenn wir die Rosen nach und nach verkaufen, so haben wir genug, um unser Leben in bescheidener Weise zu fristen. Wenn einer aus unserer Schar den Wald verlässt aus Liebe zu einem Mann, so bringt sie ihm keinen Reichtum mit. Mir, als einer der Geliebtesten von uns Schwestern, wurde noch mehr gegeben, als es unsere Gesetze erlauben. Wenn wir uns je mit einem von euch Menschenkindern vermählen, und das erregt immer die höchste Entrüstung in unserem Reich, so sollen wir ihn wenigstens zu höherem Emport ziehen. Nicht an der Erde und ihren groben Genüssen soll er haften bleiben, sondern in Liebe und Demut, im Streben nach Wahrheit immer edler und besser werden. Doch Silvana hatte noch ein Geschenk bereit, nämlich Waldsamen zu einer besonders schönen Sorte von Fichten und Tannen und ebenfalls Samen von außergewöhnlichen Blumen, die sich freilich nicht so herrlich entfalten würden wie im Fäenrevier, aber doch immerhin als große Seltenheit aufspielen. Silvana hoffte, auf diese Weise den Jäger seinem rauen Beruf zu entziehen, denn einen Mann, der für prachtvollen Baumwuchs sorgte und seltene Blumen emporkeimen ließ, den konnte mancher große Herr brauchen. Des anderen Tags stellte Martin seine Frau dem Grafen von Gibichen vor, welcher soeben mit seinem kleinen Hans an der Jägerhütte vorbeikam. Silvana hatte bereits die im Thüringer Wald übliche Tracht der Frauen vorbereitet und zeigte sich nun in einem niedlichen ländlichen Kostüm, welches freilich einige Abweichung von der gewöhnlichen Kleidung aufwies. Auch trug Silvana ihren braungelockten Kopf ganz frei, höchstens dass sie ihn mit einem Hut von Bastgeflecht bedeckte, während die Thüringer Waldbewohnerinnen ein dunkles Tuch um die Stirn schlingen. Erstaunt betrachtete Graf Gibichen die reizende Frau, die einen fast elfenhaften Eindruck machte und viel zarter als andere Landfrauen erschien. Ein Hauch von Poesie umschwebte ihr ganzes anmutiges Wesen, so dass der Graf nicht begriff, wie Martin zu einer solchen Frau kommen konnte. Dem Hans gefiel sie gleich sehr gut. Vertrauensvoll schaute er empor in Silvanas braunere Augen. Dann schmiegte er sich an sie und sagte halblaut »Ich bin dir gut, du riechst Martin erschrak bei diesen Worten und es fiel ihm zum ersten Mal schwer aufs Herz, dass das bewusste Geheimnis nicht leicht zu hüten sein würde. Ja, es war nicht zu leugnen, dass Silvana von einem feinen Wald- und Blumenduft umhaucht war. Dieser ging auch nicht zu entfernen. Sie selbst gab sich Mühe, ihn durch Waschungen und Bäder zu entfernen, aber der Duft blieb an ihr Haften. Nach wenigen Wochen Aufenthalt in der Nähe der Burg Giebichen wandte Martin sich mit seiner jungen Frau wieder nach Friedrich Roda zurück. Dort wäre dem Klaus bald der Mund offen stehen geblieben, als er sah, was der Martin sich mitgebracht hatte. Dieses fremdartige und doch so holde Wesen von einer Frau, welches so gar nicht in Martins Verhältnisse und Verwandtschaft passte. Wird sie denn ein ordentliches Essen bereiten können? frug die Frau vom Klaus die Babel. Die sieht ja aus wie eine verkleidete Prinzessin. Wo hast du die denn her geholt? fragte der Klaus seinen Bruder. Hast du sie aus einer Rütterburg entführt? Die ist doch keine Dirne vom Land, sondern ein vornehmes Fräulein, auch wenn sie sich nun ländlich kleidet. Martin gab ausweichende Antworten und als endlich Klaus immer mehr mit Fragen in ihn trang, verweigerte Martin ganz entschieden jede weitere Erklärung. Auch Silvana wurde ausgefragt, aber nicht so dringend wie Martin. Sie sah zu vornehm aus, darum wagte man sich nicht an sie. Es versteht sich von selbst, dass auch sie ihr Geheimnis nicht verriet. Aber sie litt unter der Neugierde, die sie von allen Seiten umdrängte. Zuerst hatte sie darüber gelacht, aber wie sie immer und immer wieder die forschenden Blicke der Leute auf sich gerichtet sah, wie sie manch unfreundlicher Miene begegnete, da wurde es ihr doch unheimlich. Der kleine Dietmar, das Söhnchen von Klaus, hatte ihr sogar die Zunge herausgestreckt und drohend seine kleine Faust gegen sie erhoben. An Unfreundlichkeit war sie nicht gewöhnt. Im Revier der Waldfeen hatte sie nur holzselige Minen gesehen. Nur einmal hatten ihr ihre Schwestern gezürnt, als sie ihren Entschluss verkündet, dem Jäger Martin als Weib folgen zu wollen. Aber dieses Zürnen hatte sich auch in so edler Weise geäußert, dass es sie wohl betrüben konnte, aber nie mit Widerwillen oder Grauen erfüllen. Jedoch hier unter kleinlich denkenden Menschen machte es den Eindruck der Gemeinheit und Lieblosigkeit. Wenn die Feen zürnten, so war es, weil sie um Sylvanas Geschick unter den Menschen besorgt waren und die liebliche Schwester nicht vermissen wollten. Aber Martins Verwandte und Bekannte hassten sie, weil sie wohl herausfühlten, dass sie geistig viel höher stand als jene. Es war eben der gewöhnliche Menschenneid, der schon so viel Böses auf der Welt angestiftet hat. Sylvanas weinte mitunter darum. Ach, Weinen hatte sie erst gelernt, als sie zu den Menschen gegangen war. Martin sah es mit Schmerzen. Doch war das Glück der beiden noch immer groß und ihre Liebe zueinander schien unzerstörbar. Aber es war auch nicht leicht für die junge Frau, sich wie ein gewöhnliches Weib nun zu benehmen, zu kochen, die Wohnung zu reinigen, die Kleider im Stande zu erhalten. Da gelang ihr manches nicht. Es ereignete sich hat, sich Martin ihr in sanfter Weise zum Vorwurf machte. Er war ein gewöhnlicher Mensch und wollte essen und trinken wie die anderen. Doch außer ihrer Liebe zu Martin, die sie noch immer erfüllte, hatte Silvana noch einen Trost gefunden. Bei ihren wiederholten Besuchen in der Jägerhütte nahe der Giebichenburg hatte sie einst die siebzehnjährige Tochter des Grafen Mechthildes kennengelernt, als dieselbe soeben in den Wald tritt, begleitet von einem Pagen. Mechthildes, angezogen von der bezaubernden Erscheinung Silvanas, gab ihren Waldspazierritt auf, schickte Pferde nebst Pagen zurück und blieb bei der jungen Jägersfrau in der Hütte. Bald wurde zwischen den beiden die innigste Freundschaft geschlossen. Mechthildes besaß ein tiefes Gemüt. Die Schönheit der Natur, besonders des Waldes, begeisterte sie. Vor Liebe zu den Menschen, besonders zu den Armen, tat sie viel Gutes. Aber ihr liebevolles Herz machte sie auch geneigt, der jungen Jägersfrau, die so viel angefeindet wurde, was jener zu Ohren gekommen, ihre Freundschaft entgegen zu bringen, abgesehen von der innigsten Sympathie, die sie zu der schönen Waldfee zog. Diese beiden weiblichen Wesen verstanden einander sehr wohl und fanden Herzenstrost in ihrer gemeinsamen Unterhaltung. Denn auch Mechthildes gebrach es in jenen rauen Zeiten nicht an Leiden. Ihre Mutter war bereits verstorben und die Jungfrau musste als Herrin dem großen Hausstand vorstehen. Abermals fühlte Sylvana, wie schwer es war, ihr Geheimnis zu behüten, denn es wäre doch natürlich gewesen, Mechthildes das größte Vertrauen zu bezeigen. Das zartfühlende Mädchen trang auch nicht mit Fragen in die junge Frau, aber es tat ihr doch weh, nicht das vollständige Vertrauen der Letzteren zu besitzen. Wie gern hätte sie auch die dunklen Gerüchte widerlegt, die in der dortigen Gegend über Sylvana herumschwirrten. Man nannte sie eine Hexe, die durch teufliche Zauberkünste den Jäger Martin an sich gefesselt habe. Ihre Schönheit wäre auch nur Teufelstrug, nächstens würde sie sich als altes hässliches Weib entpuppen. Dem ungeachtet wurde das Freundschaftsband zwischen diesen beiden weiblichen Wesen immer fester geknüpft. Als Mechthildes einst doch einmal von der Vergangenheit Sylvanas sprach, das heißt, diesen Umstand nur leicht berührte, wurden die Augen der schönen Waldfee von Tränen feucht. Glaube mir, sprach sie zur Freundin, dass ich um eines ernsten Grundes willen schweigen muss, und zwar zu jedermann. Mich drängt es, dir alles, alles zu vertrauen, und es kostet mich die größte Überwindung, es nicht zu tun, aber eine höhere Macht zwingt mich zu schweigen. Meine Vergangenheit jedoch ist eine lichte und überaus glücklicher gewesen. Ich wusste früher nicht, was Kummer ist, nur die Liebe hat mich erst das Leid kennengelehrt. Auf mir lastete keine Schuld, und eine Hexe bin ich nicht, dessen kann ich dich versichern. Mechthildes umarmte gerührt die Fee. Wie wäre es möglich, sprach sie, dass ich dich lichtes Wesen für eine böse Hexe halten könnte. Nein, wenn du etwas Übermenschliches bist, kannst du nur ein guter Geist sein. Ich will dein Geheimnis nicht ergründen. Liebe mich nur ein wenig und lasse dir meine herzliche Liebe gefallen. Mehr verlange ich nicht. Wie beglückt fühlte sich Silvana bei diesen Worten. Getrösteter als je zog sie wieder nach Friedrich Roda zurück. Bald wurden die Kleinstädter in eine neue Aufregung versetzt. Denn dem jungen Ehepaar Martin und Margarete war ein kleines Töchterchen geschenkt worden. Die Neugierde in der Stadt war riesig. Am liebsten wären alle, namentlich die Frauen, in Martins Wohnung gestürzt, um das kleine Geschöpf zu sehen, von dem sie sich eine ganz absonderliche Vorstellung machten. Doch das ging nicht so an. Sie mussten sich also gedulden, bis sie endlich von der Babel erfuhren, dass sie ein höchst reizendes Kind wäre, welches den Namen Libella erhalten hatte. Das junge Elternpaar war selig über dieses Geschenk, welches von der Mutter mit aller möglichen Sorgfalt aufgezogen wurde. Auch Mechthildes kam von der Gebichenburg nach Friedrichroder herab, um das Kindlein zu sehen, und konnte sich an dem kleinen, allerliebsten Würmchen nicht satt sehen. Und so gingen die Jahre hin, voll Freude und auch mit manchem Leid erfüllt. Die Verwandten und Bekannten Martins beruhigten sich für eine Zeit lang, besonders als sie sahen, welche innige Freundschaft die Jägers Frau mit der Grafentochter verbannt. Aber dann wurden sie auch darob von Neid entflammt gegen die arme Silvaner und glaubten, die letztere hätte ebenfalls Mechthildes durch einen Zauber an sich gefesselt. Dass Silvaner so viele wirtschaftliche Arbeiten selbst verrichten musste, wurde ihr doch sehr schwer. Sie fand auch wenig Gefallen daran. Das Essen, was sie Martin vorsetzen musste, schmeckte ihr selbst oft gar nicht. Sie hatte sich ja im Grunde immer mehr vermenschlicht, aber die Feennatur war doch nicht auszurotten. Und immer häufiger übermannte sie die Sehnsucht nach ihrem alten Zauberrevier, wo sie so leicht und glücklich ohne alle Sorge dahin gelebt, wo sie bald da, bald dorthin schweben konnte. Vermöge ihrer ätherischen Körperkonstitution, welche letztere nun doch ein wenig geschwunden war. So leicht und anmutig auch jetzt noch ihr Gang war, so wie jede Bewegung, so stand ihr die Gabe des Schwebens doch nicht mehr vollständig zur Verfügung. Oh, wie schwerfällig kam sie sich vor, wenn sie wie die Menschen von einem Ort zum anderen mit ihren kleinen Füßen wandern musste. Nun traf sich's auch manchmal, dass Martin nicht mit allem zufrieden war, was sie unternahm, wie wir bereits erzählt. Das Essen schmeckte ihm nicht immer, was Silvana bereitete, und ihr Benehmen erschien ihm zu vornehmen und fremdartig im Kreise seiner Verwandten und Bekannten, daher Verdacht erweckend. Jetzt sah er immer mehr den ungeheuren Abstand zwischen ihr und anderen Frauen. Oh, er kannte ihn ja längst und hatte ihn derselbe früher mit Entzücken erfüllt, aber wenn er ihn jetzt im Vergleich zu anderen Frauen beachtete, so wurde ihm Angst. Man behandelte ihn wie seine reizende Frau mit immer größerem Misstrauen. Nun traf sich's einst, dass beide Gatten zu einer Kirmes ins Wirtshaus zum Roten Krebs gingen. Dort sollte getanzt werden. Silvana hatte sich bis dahin immer geweigert, das Wirtshaus zu betreten. Oh, ihr kraute so vor den Derben mit unter angetrunkenen Leuten dort, die ruhe Späße trieben. Nichts war ihrer Feen Natur mehr zuwider. Nur von fern hatte sie mitunter das wüste Schreien in der Schenke gehört und war in Tränen ausgebrochen, wenn Martin einmal die Zumutung an sie gestellt, auch dort zu erscheinen. Nun Nun aber bestand Martin darauf, dass seine Frau ihn einmal begleiten solle. Sie müssen sehen, dass du zu ihnen gehörst, sprach er, dann wird endlich wohl das törichte Gerede aufhören. Ich gehöre nicht zu ihnen, antwortete Silvana etwas stolz. Aber ich werde deinen Wunsch erfüllen, zu deinem Schaden, denn du wirst sehen, dass es zu nichts Gutem führen wird. Martin war aber dabei geblieben. Und so erschien das junge Paar eines Nachmittags im Roten Krebs. Oh, wie Silvana der Geruch des Brandweins in diesen Räumen anwiderte. Wie schlecht gefielen ihr diese Männer und Frauen, die mit starken Schritten und groben Manieren in den Tanzsaal traten. Freilich hätte sie selbst sich den Leuten liebevoller und Teilnehmender gegenüber stellen müssen. Aber sie war nun einmal eine Fee. Der Tanz ging an. Eine ruhe, unharmonische Musik ließ sich dazu hören. Auch Silvana musste tanzen, sich von kräftigen Männerarmen umfassen lassen und im Kreise herumdrehen. Aber wie leicht erschien sie ihren Tänzern. Kaum, dass sie mit den Füßen den Boden berührte. Es sah bezaubernd aus, wenn sie tanzte. Und Martin blickte ihr entzückt nach, aber doch auch besorgt. Das musste ja jedem auffallen, denn ihr Tanzen war mehr ein Schweben. Martin fühlte sich nun auch etwas erzürnt, denn er hatte seine Frau gebeten, mit den Füßen etwas stark aufzutreten und alles Schwebende zu vermeiden, und sie hatte seinen Wunsch doch nicht erfüllt. Er nahm sie im Lokal beiseite und flüsterte ihr zu, denke daran, dass du die Frau eines Menschen bist. Du darfst nicht so schwebend einher tänzeln. Du bringst dich und mich dadurch ins Verderben. Martin antwortete Sylvana traurig. Ich kann nicht anders und wenn ich mir die größte Mühe dazu gebe, es gelingt mir nicht. Denke an unsere schwebenden Tänze im Waldrevier, du hast sie einmal von fern gesehen. Sie schaute dabei ihrem Mann liebend ins Gesicht. Aber was gewahrte sie da? Zornig blickte er sie an. Dabei war sein Gesicht röter als sonst und sein Atemroch Wein. Sylvana schauderte zurück vor ihm. Martin sah es und bezwang sich noch. Aber auf dem Heimweg, als sie endlich das für Sylvana so schreckliche Lokal verlassen hatten, brach das Gewitter los und Martin erging sich in rauen bösen Worten gegen seine zarte Frau. Er hatte jedenfalls zu viel getrunken, sonst wäre er nicht so rücksichtslos gewesen. Aber Sylvana fühlte sich aufs tiefste verletzt. Sie hatte ihrem Mann ein solch ungeheures Opfer gebracht, war stundenlang in dem heißen, überfüllten Saal geblieben, der die widrigsten Gerüche barg und nun noch Vorwürfe. Das leichte, selige Feenleben hatte sie vertauscht mit dem schwerfälligen rauen Menschen-Dasein. Und zwar nur aus Liebe zu ihm. Des anderen Tags fühlte Martin Gewissensbisse. Er sprach liebevoll zu seiner Frau, die ihn mit schwermütigen Augen anblickte. Aber doch war er zu stolz, um sein gestriges Benehmen vor ihr zu entschuldigen oder sie gar um Verzeihung zu bitten. Eine Schranke hatte sich zwischen den Herzen der beiden Gatten aufgerichtet. Libella bereitete den Eltern große Freude, aber auch manche Sorge. Sie war ganz nach der Mutter geartet. In ihrem Gang lag ebenfalls etwas Schwebendes. Dabei sah sie ihrer Mutter sprechend ähnlich. Immer zog's das Kind nach dem Wald. Oft blieb sie stundenlang weg, und die Eltern erschraken nicht wenig, als sie ihnen einst erzählte, sie hätte ein weißes Eichkätzchen erblickt und gestreichelt und mit einem weißen Reh im Wald gespielt. Sie ersahen daraus, dass Libella nah an das Zauberrevier geraten war. Ein Leid würde ihr dort nicht geschehen, sondern nur Liebes und Gutes, aber die Menschen, die Menschen. Wenn Libella davon spreche, schweig darüber, Kind, sagte Silvana zu ihr, und Libella versprach es. Als einst Martin mit der Kleinen in den Wald ging, sah er, wie sie an einem Fichtenbaum, dessen größte Zweige schon unten am Stamm sich ausbreiteten, von Zweig zu Zweig mit größter Leichtigkeit Stammt ebenso wieder herab. Martin war tief erschrocken. So ist doch die ganze Feennatur der Mutter auf das Kind übergegangen, dachte er, und wie sehr wird auch das Kind angefeindet werden, wenn andere seine Eigenheiten bemerken. Er liebte seine Tochter innigst. Am liebsten hätte er sie nun von jedem Umgang mit anderen Kindern zurückgehalten, aber das ließ sich auch nicht so leicht durchführen. Einst kam Libella von einem Waldspaziergang sehr freudig nach Hause gesprungen und überreichte ihrer Mutter eine seltene schöne Blume. Sylvana erschrak, denn solche Blumen wuchsen sonst nirgends als im Revier der Feen. Woher hast du sie? frug die junge Frau. Als ich recht tief im Wald drinnen war, wo so viel Gestrüpp wächst, dass man nicht durchdringen kann. Weißt du, liebe Mutter, kam das weiße Reh, mit dem ich schon manchmal gespielt habe, auf mich zugelaufen und hielt diese Blume in seinem Mund. Ich verstand sogleich, dass ich die Blume mir nehmen sollte. Ich tat es, streichelte das liebe Tierchen und es trabte dann wieder lustig davon. Sylvana betrachtete nun die Blume genauer und sah, dass auf einem ihrer großen samtweichen Blätter folgende Worte geschrieben standen. Wenn das Herz im Weh dir bricht, komm zu unserem reigen Licht, liebend wir gedenken dein trautes süßes Schwesterlein. Als Sylvana diese Worte las, rollten Tränen über ihre Wangen. Also die Schwestern zürnten ihr nicht mehr. Und was sonst nicht erlaubt war, wurde ihr gestattet, ihr, die sie der Liebling aller gewesen. Freiwillig zurückkommen, weil es ihr unter den Menschen schlecht ging, durfte sonst eine dem Zauberreich entflohene Fee nicht. Nur wenn ihre Herkunft verraten worden, dann war sie gezwungen, wieder in das Feenrevier zurück zu eilen, ob sie wollte oder nicht. Die Worte auf der Blume waren in einer Sprache geschrieben, die nur für Feen verständlich war. In Sylvanas Herzen regte sich nun eine heiße Sehnsucht nach dem kummerlosen, glücklichen Leben früherer Zeiten. Aber ihr geliebtes Kind hätte sie nicht verlassen mögen. Ob sie es mitbringen durfte, wusste sie ja nicht. Und Martin? Noch war die Liebe zu ihm in ihrem Herzen nicht erloschen, aber dieselbe war kühler geworden, denn Martin benahm sich mitunter etwas rauh gegen seine schöne Frau. Dass dieselbe von anderen Menschen geringschätzig betrachtet ja beinahe verachtet wurde, drückte ihn schwer da nieder. Immer mehr sah er ein, dass er doch ihr tiefstes Wesen nicht recht verstehen konnte, und dabei warf er ihr vor, dass sie sich nicht genügend Mühe gebe, um den Leuten zu gefallen. Er nannte sie in seinem Herzen stolz und begriff nicht, dass Silvana nun einmal doch ganz anders geartet war und also auch nicht im Stande ihre Feennatur abzustreifen. Einst traf es sich, dass die Kinder in Friedrichroder ein großes Spielfest unter sich hatten. Auf einer dem Wald nahen Wiese wurde es abgehalten. Libella befand sich ebenfalls unter der munteren kindlichen Schar. Da gab's ein Springen, Singen, Tanzen, dass es eine Lust war. Libella flog förmlich hin und her, ohne dass ihr ausging. Verschiedene Väter und Mütter standen am Rand der Wiese und sahen zu. Auch Klaus und Martin waren darunter. Silvana war zu Hause geblieben. Sie setzte sich nicht gern den missgünstigen Blicken der Leute aus. Dietmar war. der bereits ein recht stämmiger Bursche geworden, tollte nach Herzens Lust herum. In seinem Übermut warf er sein rundes Hütchen einige Male in die Höhe. Es fiel immer wieder herab. Nur das letzte Mal, wo Dietmar sich nahe dem Waldessaum befand, fiel es auf den Wipfel einer hohen Fichte, deren Zweige pyramidenförmig unten breit und nach oben immer schmäler werdend hoch hinauf gewachsen waren. Die anderen Buben versammelten sich nun um den Baum. Der Hut musste wieder herunter geschafft werden. Einige schüttelten den dicken Stamm, aber obwohl der Wipfel schwankte, fiel der Hut nicht herab. Er musste sich wohl mit seinem Futter oder einer Schleife zu fest in den Nadeln verfangen haben. Kleinlaut mit ängstlichem Gesicht stand Dietmar bei dem Baum, denn er wusste, dass mit seinem Vater Klaus nicht zu spaßen war. Prachte Dietmar den Hut nicht wieder mit nach Hause, so setzte es Hiebe ab. Schon dachte er daran, einen Versuch zum Heraufklettern zu machen. Aber er durfte ja nicht das Wämslein und die Hosen zerreißen. Das konnte bei einem so waghalsigen Unternehmen leicht geschehen. Ein anderer der kleinen Burschen versuchte nun hinaufzuklettern. Aber kaum hatte er mit seinen Füßen die ersten unteren Zweige betreten, so hörte man schon, wie es knackste. Der Verwegene musste also den Rückzug antreten. Jetzt ertönte ein silberhelles Lachen aus weiblichem Mund. Libella zeigte sich nahe der Fichte. Ich hole den Hut, sprach sie zuversichtlich. Die Knaben, welche den Baum umstanden, lachten nur ihrerseits höhnisch. Doch unter dem Gelächter derselben hob sich Libella auf den ersten Zweig und schwang sich mit der größten Leichtigkeit von Zweig zu Zweig immer höher. Der Ruf ihres bekümmerten Vaters »Libella, tu's nicht« war wohl nicht zu ihren Ohren getrungen. Leicht, zierlich und behennt schwang sie sich empor bis zur höchsten Spitze. Man hörte kein Knacken oder Ächzen der Zweige. Es schien, als ob sie die leichte Last recht mit Vergnügen trugen. Mit einem jubelnden Aufschrei fasste sie nach dem Hut, nestelte ihn von den Nadeln los und warf ihn übermütig herab auf die zuschauenden Kinder. Dietmar griff danach und setzte ihn auf den Kopf. Dann schwebte das holde Kind wieder von Zweig zu Zweig herunter auf die Erde. Lächelnd stand sie unter der Schar der Knaben. Aber kein Dank tönte ihr entgegen, ebenso wenig ein freudiges Zujauchzen ob der gelungenen Tat. Nein, fast starr vor Staunen standen sie da, bis einige in den Zuruf ausbrachen. Du bist ein Hexenkind, Libella, darum konntest du so leicht auf den Baum. Ja, ein Hexenkind, pflanzte sich der Ruf fort, bis ihn auch die Zuschauer an der Wiese, die sich aber nun näher zu dem stattgefundenen Schauspiel hingedrängt hatten, wiederholten. Martin stürzte nun toten bleich hinzu und nahm Libella, gegen die sich schon viele kleine Fäuste geballt hatten, auf den Arm und trug sie fort. Auch zu Sylvanas Ohren war der allgemeine Aufschrei getrunken. Sie eilte dem Gatten entgegen und beide flüchteten zurück in ihre Wohnung, deren Tür sie verschlossen. Aber noch eine Weile hörten sie die wilden Rufe der sich vergrößernden Menge. In höchster Angst umfasste Sylvaner die geliebte hier in den hinteren Wipfel der Wohnung. Endlich ließ das Tosen der Menge nach. Man hörte nur noch ein aufgeregtes Gemurmel, bis mit anbrechender Dunkelheit die Leute sich doch in ihre Häuser begaben. Die Nacht brach an, und es ereignete sich noch einige Male, dass der Ruf »Hexenkind« an der Tür von der Jägerwohnung ertönte. Endlich war es still. Da sprach Martin zu Frau und Tochter, »Wir müssen noch heute Nacht entfliehen. Denn wenn auch jetzt scheinbare Ruhe herrscht, so kann die Aufregung am frühen Morgen sehr leicht wieder losgehen. Und wer weiß, was sie uns dann Böses antun. Wir wollen also fürs Erste in unsere Hütte in der Gebichenburg gehen. Ich hoffe, dass der Graf uns schlimmstenfalls Schutz gewähren wird. Unser Pferd trägt dich und Libella. Ich gehe daneben. Vielleicht kommt auch noch eine andere Hilfe, sagte Silvana. Über Martins Gesicht zuckte es schmerzlich. Denn wehe, wenn jemand von dieser anderen Hilfe etwas bemerkte. Als die drei Personen zur Tür hinaus traten, da war die andere Hilfe schon zur Stelle. Ein weißer Hirsch und ein weißer Rehbock für Mutter und Kind standen da. Reitet ihr sofort davon, sagte Martin. Ich komme auf dem braunen gleich hinter drein. Ohne Hindernis trafen Eltern und Tochter in der bewussten verfallenen Jägerhütte ein. Libella war sehr betrübt. Sie konnte das Geschehene nicht begreifen. Dass ihre Mutter eine Waldfee war, wusste Libella nicht, ebenso wenig, warum ihr vor anderen Kindern die Gabe geworden, sich mit Leichtigkeit zu den Wipfeln der Bäume zu schwingen. Aber war dies etwas Böses? Hatte sie selbst denn etwas verbrochen, weil sie ihrem Vetter den Hut zurückholte? Sie fühlte sich ganz verwirrt, denn all das konnte sie nicht verstehen. Mechthildes eilte alsbald in die Arme ihrer Freundin, um zu trösten und womöglich zu raten und zu helfen. »Dass ich dir alles sagen könnte«, sprach mit Tränen Silvana zu dem lieben Mädchen, »aber ich darf nicht. Eine unerbittliche Notwendigkeit zwingt mich zu schweigen. Doch ich fühle, der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, wo sich der Schleier lüften wird. Dann, Mechthildes, nimm dich meines armen Kindes an. »Was meinst du damit?« fragte erschrocken die Freundin. »Du willst doch nicht sterben?« »Nein«, antwortete Silvana mit traurigem Lächeln, »ich werde nicht sterben, aber doch vielleicht euch entschwinden, dass ihr mich nicht mehr seht. Wie seltsam, wie wunderbar klingt, was du sprichst. Stehst du vielleicht doch mit Zauberern und Feen im Bunde? Lass mich schweigen, geliebte Freundin. Ich fühle, dass ein dunkles Verhängnis naht. Dann erfährst du alles, und ich weiß, dass du mir ein liebendes Andenken weihen wirst. Mechthildes bat ihren Vater, der Jägers Frau Schutz zu leihen, auch wenn er sie durch seine Knappen und Pagen mit den Waffen in der Hand verteidigen sollte. Der Graf machte aber ein finsteres Gesicht dazu. Er sagte nicht ja noch nein, bemerkte nur, dass man doch nicht wissen könne, ob das Gerede der Leute nicht auf Wahrheit beruhe. Es wären doch zu sonderbare Dinge vorgefallen. Aber seiner Tochter wolle er deshalb den Verkehr mit der Jägers Frau noch nicht verbieten, obwohl er ihn nicht gern sähe. Mechthildes möge nur die Augen offen behalten und alles wohl prüfen. Sie solle sich von der reizenden Erscheinung der Jägers Frau nicht allzu sehr blenden lassen. Denn manch teuflicher Trug wäre öfters in bezaubernden Gebilden erschienen. Mechthildes wurde sehr traurig. So konnte sie der geliebten Freundin nicht einmal sicheren Schutz bieten. Sie hatte sich's schon so herrlich gedacht, die Freundin nebst deren Tochter auf der Burg zu beherbergen und von neuen Unbilden zu behüten. Auch Hans wäre damit sehr wohl zufrieden gewesen. Er hatte schon längst Freundschaft mit der kleinen Libella geschlossen. Für ihn war es immer eine Festzeit, wenn das Jägerpaar mit dem Kind in der verfallenen Hütte einkehrte. Dann tollte er oft mit Libella herum, dass sie sich an den Bäumen emporschwang, von Zweig aber kein Aufhebens davon gemacht. Wenn er Libellas zierliche anmutige Gestalt betrachtete, ihr feines Gesichtchen mit den schwärmerischen Augen, so hätte er sich kaum gewundert, wenn sie in die Lüfte entschwebt wäre, so ätherisch und poesievoll kam ihm ihre ganze Erscheinung vor. In Friedrichroda beruhigte man sich noch immer nicht. Die Leute wussten bereits, dass die von ihnen verfolgten zur Giebichen Burg geflohen waren, aber sie erwarteten deren Rückkehr mit Ungeduld, und Klaus versprach seinen Bekannten, jetzt seinen Bruder Martin zu zwingen, dass er ihm die Herkunft seiner Frau offenbare. Wäre sie wirklich eine Hexe, so müsse sie sterben oder doch zum wenigsten sich von seinem Bruder trennen und aus der Gegend verjagt werden. Dem Jäger wurde unterdessen das Geld etwas knapp. Der Graf hatte seit einiger Zeit noch einen zweiten Jäger angestellt, weil er fand, dass Martin seine Pflicht nicht genügend erfülle. Er schaffte nicht genug Wildbret herbei, hieß es. Dass der Samen von Waldbäumen, den Martin im Garten der Burg gestreut, sehr schön aufgegangen war, und in kurzer Zeit die prächtigsten jungen Bäume gezeitigt, war ihm kein Ersatz. An Wald fehlte es ja dort herum nicht. Ebenso wenig galten ihm die fremdartigen Blumen als Ersatz, die ebenfalls aus dem Samen, den Silvaner ihrem Gatten geschenkt, erwachsen und erblüht waren. Ja, ihre Pracht beunruhigte ihn jetzt sogar. Nur Mechthildes und Hans hatten rechte Freude an diesen wundersamen duftigen Blüten. Der Jäger bekam nun etwas weniger Gehalt vom Grafen, und das machte sich fühlbar genug in seinen Verhältnissen. Ebenfalls verstand es Silvaner nicht, eine recht sparsame Hausfrau zu sein. Das Geld wurde den Jägersleuten nun zu knapp, und Silvaner riet ihrem Gatten, sich in eine der nächsten größeren Städte zu begeben und dort bei einem Goldschmied ein oder zwei Rosen aus ihrem Brautkranz zu verkaufen. Martin befolgte diesen Rat, war aber nicht wenig erstaunt, als er einem bereits weißhaarigen alten Goldschmied die beiden Christrosen anbot, diesen gewissermaßen erschrocken zurückfahren zu sehen. Wo hier? fragte der Goldschmied. Das ist doch für euch ganz gleichgültig, antwortete Martin etwas stolz. Gestohlen sind sie nicht. Nein, das weiß ich wohl, denn solche wundervolle Arbeit in Silber und Gold ist sonst nirgends zu finden. Nur einmal hat mir ein junger Mann eine solche Rose gebracht. Das ist schon lange her. Die hatte er von einer Fee erhalten. Ich kaufte sie an einen Fürsten, der sie seiner Braut schenken wollte. Aber dem jungen Mann hat's keinen Segen gebracht. Er ist bald darauf gestorben. Feengeschenke darf man nicht verkaufen, sondern muss sie als etwas Heiliges aufbewahren. Und das rate ich euch ebenfalls, junger Mann. Martin war sehr bleich bei diesen Worten geworden. Doch fasste er sich und sprach nun in bescheidener Weise, macht euch keinen Kummer um mich, lieber Herr. Ich brauche Geld dringend notwendig, also wenn ihr könnt, so kauft mir die Rosen ab. Der Goldschmied erklärte sich nun dazu bereit und zahlte dem Jäger eine ansehnliche Summe Geldes aus. Dann reichte er ihm die Hand und sprach in traurigem Ton. Gott behüte euch, lieber Jäger, möchtet ihr euch nicht allzu sehr in die Netze der Feen verstrecken. Seid ohne Sorge, erwiderte Martin, ich bin bereits verheiratet und habe ein liebes Töchterlein, aber auch euch empfehle ich dem Schutz Gottes. Unterwegs war Martin dann in sorgenvollen Gedanken, ob er sein Geheimnis nicht halb und halb verraten habe. Aber doch musste er sich sagen, dass er dem Goldschmied ja nichts zugegeben hatte. Als er zu Hause angekommen Silvana das Geld zeigte, war diese hoch erfreut über die große Summe. Gut macht Mut, sagt das Sprichwort und so hoffte sie nun, dass sie in der Nähe der Gebichen Burg vor bösen Menschen sicher sein würde. Denn dass ihr auch der Graf misstraute, hatte sie noch nicht erfahren. Wie sehr erschrak sie aber, als eines Tages ihr Schwager Klaus in der Jägerhütte erschien und sie alle einlud, die Feier seines wiederkehrenden Hochzeitstages nach bereits zehnjähriger Ehe bei ihm in Friedrich Roda mitzumachen. Es sollte recht lustig zugehen, tüchtig getrunken und getanzt werden. Der schlaue Patron wusste sehr wohl, dass Silvana sich nicht wieder dorthin wagen würde. Umso lieber war es ihm, wenn er seinen Bruder ohne die Frau in seine Gewalt bekommen und ihm dann ein Geständnis erpressen könnte. Die Frau konnte das Jahr durch ihre Zaubermittel verhindern, wenn sie dabei wäre. Silvana sagte nun offenherzig, dass sie nicht mehr dorthin zurückkehren möchte, wo sie alle so schlecht behandelt worden wären. Aber Martin ließ sich nach langem Zureden von Seiten seines Bruders das Versprechen abzwingen, bei dem Fest zu erscheinen. Geh nicht, bat Silvana ihren Mann, als sich Klaus entfernt hatte. Du wirst sehen, es wird dir und uns zum Unheil ausschlagen. Ich habe aber doch nun einmal mein Versprechen gegeben, antwortete Martin. Ich fürchte, das Misstrauen gegen uns und vor allem gegen dich und unser liebes Kind wird noch gesteigert werden, wenn ich der Einladung nicht folge. Mir allein wird nichts Übles geschehen. Freilich, du und Libella, ihr beiden hättet auf keinen Fall diese Einladung annehmen können. Am zweiten Tag nach dem Besuch von Klaus fand das Fest statt. Silvana bat noch drängender. Geh nicht dorthin, lieber Martin, ich fühle klar und deutlich, dass es ein Unglück ist. Tu mir es zuliebe und bleibe zurück von diesem Fest. Aber nun wurde Martin unwillig und erwiderte, quäle mich nicht mit deiner Weiberängstlichkeit. Ein Mann hält sein Wort. Es ist gegen meine Ehre, wenn ich mich so feige benehmen soll. Sie sollen nicht denken, dass ich mich fürchte. Da ließ Silvana ab mit bitten. Nur ihre traurigen vorwurfsvollen Blicke streiften noch mit unter das Gesicht ihres Mannes. Martin mochte dieselben nicht mehr sehen und machte sich an dem bestimmten Festtag noch etwas eher auf den Weg, als es nötig gewesen wäre. In Friedrichroder wurde er von Seiten seiner Verwandten mit wahrem Jubel empfangen. Klaus und Babel überboten sich in Liebesbezeugungen, so dass es Martin wirklich zu Herzen ging und es ihm fast leid tat, dass er durch seine Frau den Verwandten immer ferner getreten war. Ja, er musste sich eingestehen, dass seine Frau, ungeachtet seiner heißen Liebe für sie, ihm doch stets ein unbegreifliches Wesen geblieben war, obwohl der süße Zauber, der ihn an sie fesselte, noch nicht geschwunden war. Aber Silvana stand zu hoch für ihn. Ihr ganzes poesiedurchdrängtes Wesen konnte er nicht verstehen. Sie war nicht die richtige Gefährtin für einen zwar guten, braven, aber doch einfachen Mann, dem ein schmackhaftes Mittagessen mit einem kräftigen Trunk eine Herzensfreude war, wenn es jenem auch an poetischer Empfänglichkeit nicht fehlte. Dieselbe hatte ihn ja in die Liebe zur Fee verstrickt, aber der Neid und die Kleinlichkeit der Menschen waren störend zwischen sein Liebesglück getreten. Als Martin nun im Kreise seiner Verwandten und alter Bekannten beim fröhlichen Male saß, wurde ihm so wohl ums Herz, wie er seit langer Zeit nicht empfunden hatte. Aller Blicke waren freundlich auf ihn gerichtet. Er fühlte sich wieder einmal recht heimatlich in Friedrich Roder und dachte, es ist doch gut, dass meine Frau zu Hause geblieben. Sie wäre ein fremdes Element in diesem Kreis gewesen und hätte das selbst am meisten empfunden. Dass Bruder und Schwägerin so über die Maßen freundlich zu ihm waren, nur um ihm sein Geheimnis zu entreißen, ahnte er nicht. Bei Tisch wurde nun tüchtig getrunken. Martin war kein Trinker, sondern ein mäßiger Mensch, umso mehr stieg ihm das starke Gebräu, das ihm vorgesetzt wurde, zu Kopf. Klaus redete dringend zu, immer noch eins zu trinken, und Martin wollte es dem lieben Bruder nicht abschlagen, den er seit Jahren nicht mehr so liebevoll gesehen hatte. Aber es schmeckte dem Jäger selbst auch viel zu gut. Ein solch gutes Tröpfel, sagte er, habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Dabei merkte er nicht, dass sein Kopf immer benebelter wurde, noch wusste er, was er sagte, aber seine Willenskraft war schon bedeutend geschwächt. Die wenige geistige Klarheit, die noch vorhanden, benutzte nun Klaus, um das Geheimnis zu erfahren. Dass sein Bruder nicht mehr die Geistesstärke besaß, um seinen dringenden Fragen ein einfaches »Nein, ich sage es nicht« entgegenzusetzen, erkannte Klaus sehr wohl. Die wenigen lichten Augenblicke, die dem halbbetrunkenen Bruder noch blieben, mussten nun ausgebeutet werden. Klaus nahm Martin etwas beiseite und verwickelte den Letzteren durch manch schlaue Querfrage in Widersprüche. Stimmte ihn auch immer zutrauensvoller, indem er Sylvanas Schönheit und Anmut pries und brachte es zuletzt so weit, dass Martin ihm die Herkunft seiner Frau verriet. Sofort empfand der Letzterer Gewissensbisse und sprach sich besorgt darüber zu Klaus aus, dass Sylvaner ihm nun entschwinden könnte. Aber Klaus beruhigte ihn, indem er meinte, dass es gewiss sich anders verhielte, wie Sylvaner gesagt. Sie würde nur gern ihre Herkunft verschwiegen haben, um alles Aufsehen zu vermeiden und auch kein Misstrauen zu erregen. Aber innerlich dachte Klaus die Waldfee wollen wir schon vertreiben solch zaubermächtiges Volk können wir nicht gebrauchen das bringt uns nur Unheil. Aber er freute sich riesig dass er nun endlich das erreicht hatte was er seit Jahren ersehnt. Martin konnte an dem selben Abend weder nach Hause gehen noch reiten. Er war nicht mehr bei Sinnen und musste erst seinen Rausch ausschlafen. Klaus führte Martin in dessen alte Wohnung und dort überließ er ihn seinem Schicksal. Als Martin am anderen Morgen erwachte konnte er sich nicht gleich auf alles besinnen was er am gestrigen Tag erlebt doch nach und nach kam es ihm ins Gedächtnis und ein furchtbarer Schrecken überfiel ihn als ihm klar wurde dass er seiner Frau Herkunft alles darauf folgende war ihm nicht mehr erinnerlich er eilte nun zurück zur verfallenen Jägerhütte händeringend mit strömenden Tränen stürzte Libella ihm entgegen die Mutter ist fort rief sie voller Schmerz ich habe schon überall gesucht und kann sie nirgends finden kreidebleich stand der Vater vor seinem Kind dann stürmte er in die Hütte warf sich mit dem Angesicht auf den Fußboden und schrie laut wehe mir Unglückseligen ich habe deine Mutter verraten Vater nein ich glaub's nicht steh doch auf erzähl mir alles Oh, jetzt durchschaue ich alles. Ja, ich besaß nicht mehr geistige Kraft genug und vertraute ihm mein Geheimnis. Vater, ich hole die Mutter zurück. Das wird dir nicht gelingen, mein Kind. Aber wir wollen alles versuchen. Vater und Tochter umarmten einander in tiefstem Schmerz. Libella erzählte nun dem Vater. Ich erwachte in der Nacht von einem Kuss auf meinem Mund. Ich wusste, dass es die Mutter war und flüsterte, Mutter, liebe Mutter, indem ich die Arme nach ihr ausstreckte, um sie zu umfangen. Das gelang mir nicht, aber zwei heiße Tränen fielen auf mein Gesicht. Nun richtete ich mich auf und bemerkte eine große Helle vor den Fenstern. Es war, als ob Licht der Gestalten dort herumschwebten. Ja, ja, mein Kind, das waren die anderen Waldfeen, welche die Mutter holten. Ich kam aber nicht zum klaren Bewusstsein, lieber Vater, denn sobald ich die Augen öffnete, wurden mir Stirn und Augenblieder mit einem Gegenstand berührt und ich sank sofort ins Schlummer zurück. Du wurdest eingeschläfert, liebe Tochter, durch die Berührung einer verzauberten Christrose. So ist's mir selbst einst im Wald ergangen. Ja, und als ich des Morgens erwachte, sah ich, dass das Lager der Mutter unberührt war. Ich lief nach allen Seiten umher, suchte und rief sie, aber alles war vergeblich. Liebella brach in erneutes Schluchzen aus und Martin stöhnte. Dann fuhr das Mädchen fort. Aber sage mir nur, Vater, wie die Feen im Wald sofort von deinen Worten Kunde bekommen haben, als du das Geheimnis verrietest. Das ist mir auch rätselhaft. Aber es ist wohl anzunehmen, dass sie eine ihrer Mitschwestern, die ihnen entwischen ist, nie mehr aus den Augen lassen. Sie können sich ja auch unsichtbar machen und sind ihnen ebenfalls noch dienende, zaubergewaltige Geister untergeordnet, die ungesehen vieles erspähen und ihren Herrinnen darüber berichten. Darum wird ja oft von Menschenseite ein Verkehr mit der Feenwelt gefürchtet, weil man glaubt, nicht sicher vor bösem Zauber zu sein, der den Menschen Schaden zufügt, und wo dann niemand weiß, woher er stammt, und es auch kein Mittel gibt, sich davor zu hüten. Und doch sind die Menschen sehr im Irrtum, denn in unserem Wald befinden sich nur wohltätige Feen, die stets bereit sind, den Menschen Gutes zu tun, freilich nur denen, welche liebevollen Herzens sind. Den Feen ist nichts verhasster als Bosheit, Neid und kleinliche Schälsucht und Klatscherei. Ach, Vater, dann glaube mir, dass die Mutter uns unsichtbar umschweben wird. Vielleicht, mein Kind. Aus den Augen lässt sie uns keinesfalls. Sie war eine treue, zärtliche Mutter für dich. Die wird ihres Kindes nicht vergessen. Doch bald zeigten sich noch andere Folgen von Martins Unbesonnenheit. Als Vater und Tochter sich noch dem tiefsten Schmerz überließen, erschien mit Klaus zusammen der Bürgermeister von Friedrichroder in der Jägerhütte. Sie hatten noch ein paar Knechte mitgebracht und wollten die schöne Silvaner gefangen nehmen und in sicheren Gewahrsam bringen, unter dem Vorwand, dass sie nicht durch unheilvollen Zauber die Menschen schädige. Eigentlich war es nur der Hass der Gemeinheit gegen Geisteshoheit. Sie mochten ein höheres, schönheitserfülltes Wesen nicht in ihrem Kreis dulden. Dazu waren sie zu engherzig und kleinlich. Nicht bloß der Holdenwaldfee erging es so, sondern mancher hochbedeutende Mensch musste schon derartiges ertragen. Er wurde gehasst und verfolgt, weil er groß und gut war. Nun priesen Vater und Tochter es als ein Glück, dass die Mutter verschwunden war und dass sie beim besten Willen deren Aufenthalt nicht angeben konnten. Unverrichteter Sache musste die Friedrichroder Ortsbehörde mit Klaus wieder abziehen. Aber Martin wusste, dass er von seinem Bruder nichts Gutes zu hoffen habe, sondern nun doppelt auf der Hut sein müsse, damit seinem geliebten Kind kein Schaden zugefügt werde. Bald drang auch zu Mechthildes und Hans die Kunde von Silvanas Verschwinden. Beide eilten voll Schrecken herunter von der Burg zur Jagdhütte. Als ihnen genaue Mitteilung gemacht worden, wie sich alles zugetragen, rief Mechthildes voll Tränen aus. Du lichtes reines Wesen! Welches aus warmer Liebe seine glückliche Existenz verließ, um bei uns Menschen zu sein. Vergiss uns nicht, die wir uns so innig nach dir sehnen. Gib uns mitunter ein Zeichen deines treuen Gedenkens. Ach, nun weiß ich erst, was wir an dir verloren haben, und wie magst du heut Selige unter den menschlichen Verhältnissen gelitten haben. Ja, lieber Martin, wir haben sie nicht verstanden, konnten sie oft nicht richtig beurteilen, obwohl wir sie liebten. Und den anderen war ihre Schönheit und Hoheit ein Dorn im Auge. Aber wir müssen uns trösten, denn die Verfolgung hätte nimmer aufgehört, auch wenn man euch, lieber Jäger, nicht das Geheimnis entlockt hätte. Könnte ich nur Libella ganz zu mir nehmen? Nein, sprach Martin, Libella ist mein einziger Trost. Ich lasse sie nicht von meiner Seite, wenn ich auch eure Liebe zu ihr dankbar anerkenne. Mechthildes wagte nicht, in den Jäger zu drängen, wusste sie doch nicht einmal, ob ihr Vater das Feenkind auf der Burg dulden würde. Wohl hoffte sie, dass die Enthüllung des Geheimnisses ihn milder stimmen würde, aber ganz sicher war sie dessen nicht. Obwohl Martin nun nicht mehr gern in Friedrichroda weilte, so drängte es ihn doch, für einige Zeit mit Libella wieder dorthin zu ziehen. Weil er dem Feenrevier dort näher zu sein glaubte, hatte er es doch von jener Seite einst gefunden. Er und Libella durchstreiften nun die dortigen Wälder nach allen Seiten und der Ruf Silvana ertönte oft aus ihrem Mund. Aber die Antwort blieb aus. Nur einmal, nachdem bereits Wochen vergangen waren, tönte es wie Euls Hafenklänge ganz aus der Ferne zu ihnen hin. Es war ein Gruß von ihr, sagte der Vater zur Tochter. Und später einmal sprach ihr, erst jetzt erkenne ich recht, was für ein herrliches Wesen deine Mutter war. Wie sanft und geduldig hat sie die Verfolgung niedriggesinnter Menschen ertragen. Auch ich mache mir Vorwürfe, dass ich sie nicht immer so behandelt habe, wie sie es verdiente. Libella küßte ihm die Hand und bemerkte, Lieber Vater, du bist ja so gut. Eines Tages hatte Martin wieder einmal seine Wohnung verlassen, um in dem nahen Wald weitere Nachforschungen zu unternehmen. Libella war nicht allein, denn Mechthildes war zu ihr gekommen. Als ein paar Stunden vergangen waren, erschien ein Holzhauer in der Jägerwohnung und erzählte den beiden Mädchen, dass er vor einer Weile Martin auf einer hohen Fichte erblickt habe, sodass sein Kopf den Wipfel überragte, als wolle er Umschau halten über den ganzen Wald. Doch der Baum muss wohl nicht stark genug gewesen sein, denn der Mann habe, obwohl ziemlich fern, in der großen Stille ringsum einen Krach vernommen, als wenn einer der mächtigen Zweige erbräche. Zu gleicher Zeit hätte jener gesehen, wie der Jäger in die Tiefe sank. Der Holzhauer wäre alsbald, so rasch er es gekonnt hätte, zur Stelle gelaufen, hätte aber von Martin nichts erblickt, nur den abgebrochenen Zweig sah er am Boden liegen. Ich begreife es nicht, fügte der Mann hinzu, denn wenn einer von solch einer Höhe herunterfällt, muss er entweder tot sein oder doch so zerschlagen, dass er allein sich nicht erheben kann. Beide Mädchen waren bei dieser Nachricht totenbleich geworden. Doch Libella fasste sich zuerst und sagte mit leiser Stimme zu ihrer Freundin, »Die Mutter hat gewiss den Vater gerettet.« Der Holzhauer blickte die Mädchen an, als wenn sie irrsinnig wären, denn er sah nun, wie auch Mechthildes Augen freudig aufleuchteten. Er hatte auf seine Nachricht ein ungeheures Jammergeschrei erwartet. Fast unwillig ging er davon, um nun auch dem Klaus die Mitteilung zu machen. »Komme mit mir,« bat Mechthildes die Kleine, »mein Pferd trägt uns beide. Ich möchte dich nicht gern hier allein lassen.« Doch Libella weigerte sich. »Wenn der Vater etwa zurückkäme,« sprach sie, »da soll er mich finden. Nein, ich muss hier noch ausharren. Wer weiß, was sich ereignet.« Mechthildes begriff das, aber ihre Pflichten riefen sie zurück in die väterliche Burg. Sie wusste ja auch, dass ihr Vater leider noch nicht allen Widerwillen gegen das Feenkind verloren hatte. Es wäre also schwierig genug gewesen, dasselbe in der Burg zu beherbergen. Mit schwerem Herzen aber verabschiedete sich die Grafentochter von ihrem Liebling. Eine bange Stunde verging für Libella. Am liebsten wäre sie selbst noch sofort zu der bezeichneten Stelle gelaufen, wo der Holzhauer den Vater hatte herabsinken sehen. Und doch getraute sie sich nicht, aus der Wohnung zu gehen, für den Fall, dass Martin zurückkäme. Sie hatte auch ihrer Freundin versprechen müssen, die Wohnung nicht zu verlassen und sich darin zu verschließen, um vor jedem Überfall gesichert zu sein. Aber was nützte das? Klaus erschien doch mit seinem Sohn Dietmar vor der Tür und klopfte ungestüm. Als Libella nicht gleich öffnete, drohte er, die Tür mit einer Axt entzweit zu schlagen. Und dann solle es Libella schlecht ergehen. Zitternd öffnete nun das Mädchen und der böse Ohm trat herein mit dem ungezogenen Dietmar. Jetzt kommst du zu mir, sprach Klaus. Ich werde dir die Fee-Natur schon austreiben. Arbeiten sollst du lernen bei mir. Dein Vater ist nun im Wald verschwunden, ebenso wie deine saubere Mutter. Libella erfuhr nun, dass der Ohm bereits mit noch anderen Leuten bei der bezeichneten Stelle im Wald gewesen, dass sie ebenfalls nur den herabgestürzten großen Zweig gesehen hatten, aber von ihrem Vater keine Spur. Sie hätten noch weiter herumgesucht, denn auch ein Verunglückter konnte sich vielleicht mühsam noch etwas hingeschleppt haben und dann doch Todesmatt liegen geblieben sein. Aber weder er noch irgendein Kleidungsstück oder Blutspuren wären zu sehen gewesen. Irgendeine Zauberei steckt hier dahinter, fügte Klaus seiner Mitteilung noch hinzu. Libella bat, dass sie doch in der väterlichen Wohnung bleiben dürfte. Aber Klaus erlaubte es nicht. Ich als dein nächster Verwandter habe nun das Recht dazu, dich mit mir zu nehmen, sprach er. Das zitternde Mädchen musste dem rauen Mann nun folgen. Mit seiner derben Faust ergriff er Libellas zartes Handgelenk und führte sie mit sich davon. Welch schwere Prüfungszeit begann nun für das arme Feenkind. Von Vater Martin trang keine Kunde mehr zu ihm. Aber weit über seine Kräfte musste es schwer arbeiten, sodass es mitunter zusammenbrach. Zuweilen, wenn Libella der schweren Arbeit nicht gewachsen war, bekam sie Schläge von Klaus und musste außerdem noch Dietmars lieblose Neckereien erdulden. Mechthildes wurde nicht zu ihr gelassen, als erstere sie besuchen wollte. Und Mechthildes fühlte sich ja auch machtlos, weil ihr Vater nicht auf ihrer Seite stand. Es war ein strenger Winter nun, und die arme Libella hatte ihre Ruhestatt auf dem kalten Boden des Hauses. Doch dort war sie wenigstens allein und konnte ihre Tränen fließen lassen nach Herzenslust. Einst saß sie noch auf ihrem Lager und weinte bitterlich. Es war schon spät in der Nacht. Mutter, sprach sie leise. Kannst du dein Kind vergessen? Da drang von fern ein mehrstimmiger leiser Frauengesang an ihr Ohr. Deutlich verstand sie folgende Worte in demselben. Weine nicht so sehr, mein Kind, Prüfungszeit vergeht geschwind, bald wirst in der Mutter Armen, du zu neuem Glück erwarmen, denn im Walde harret dein Morgen Nacht dein Mütterlein. Unendlicher Trost strömte nun in Libellas Seele. Also nur eine Prüfungszeit ist es, die ich durchzumachen habe und in der ich mich bewähren soll, dachte sie. Oh, ich hätte viel geduldiger und mutiger sein sollen und morgen Nacht soll ich bei Mütterchen sein. Oh, welch wunderbares Glück, dann hat aller Schmerz sein Ende. Vor innerlichem Jauchzen konnte Libella kaum einschlafen und als endlich ein erquickender Schlummer sie umfing, sah sie im Traum ihr Mütterlein. Den anderen Tag erwachte sie voll großer Freudigkeit, aber sie hielt ihre Minen wohl im Zaum, damit kein Argwohn in ihrer Umgebung gegen sie aufkeimte. Mit ihrem jetzt gewöhnlichen traurigen Gesichtsausdruck wandelte sie umher und tat ihre Arbeit. Den Anbruch der nächsten Nacht konnte sie kaum erwarten. Endlich war sie oben auf dem kalten Boden. Sie hielt es für geraten, noch einige Zeit mit ihrer Flucht zu zögern, damit auch wirklich alles im Hause sich dann in festem Schlummer befände und sie kein Hindernis zu fürchten hätte. Auf dem gewöhnlichen Weg konnte sie nicht aus dem Haus, denn dasselbe war verschlossen. Aber der alte, jetzt beinahe blätterlose Lindenbaum stand ja im Hof nahe der Dachluke, neben welcher sich ihr Lager befand. Ihre Feennatur hatte ihr der Ohm durch Arbeit, Schläge und schmale Kost noch immer nicht ausgetrieben. Als sie nun die richtige Zeit für gekommen hielt, kletterte sie empor zur Dachluke und schwang sich von derselben auf die bereiften Zweige des alten Lindenbaums, dann herab von Zweig zu Zweig auf den hart gefrorenen Boden. Rasch eilte sie durch Hof und Garten, überkletterte den Zaun des Letzteren und stand nun auf der beschneiten Wiesenfläche. Ein Weg durch dieselbe war nicht zu sehen vor Schnee und Eis. In ihrer Aufregung fühlte die leicht bekleidete Lebella gar nicht die grimme Kälte. Soeben wollte sie sich anschicken, geradeaus über die Schneefläche zu schreiten, als sie bemerkte, dass etwas Lichtes aus dem Wald blitzschnell zu ihr gehuscht kam. Und da erkannte sie es schon, ehe es dicht bei ihr war. Das weiße Reh kam heran, mit dem sie früher mitunter im Wald gespielt hatte. Nun stand es vor ihr, sah sie an mit klugen Augen, beugte die Vorderbeine, so dass Libella sich leicht auf seinen Rücken schwingen konnte, und trabte darauf fröhlich mit seiner zarten Last davon. Bald waren sie im Wald. Rasch ging es an bereiften Bäumen und Sträuchern vorbei, bis eine wärmere Luft Libella entgegenwehte und ein heller Schimmer vor ihren Augen in einiger Entfernung aufleuchtete. Wie Frühlingsodem trang es zu ihr. Denn die wunderbaren Christrosen im Feenrevier sandten ihr den süßesten Duft entgegen. Und wer stand dort im sanften Zauberlicht? Eine weiße Gestalt, welche die Arme nach Libella ausbreitete. Wie ein Schrei von Liebe und Sehnsucht erklang es aus Libellas Mund. Mutter! Und da lag sie schon in den Armen der heiß geliebten und aller Schmerz und Kummer hatten ihr Ende erreicht. Am anderen Tag ging Klaus selbst nach dem Boden, um das faule Feenkind herunter zu holen, welches nach des Ohrheims Meinung viel zu lange sich dem Schlummer hingab. Aber Libella war nicht zu finden. Man suchte im Haus Haus im Hof und Garten nirgends war die anmutige Gestalt zu erblicken. Bald wurde es auch unter den Nachbars Leuten ruchbar, dass Libella verschwunden sei. Da kam eine alte Frau mühsam am Stock einher gewandelt und trat in die Wohnung von Klaus ein. Diese hatte in vergangener Nacht nicht schlafen können, war deshalb von ihrem Lager aufgestanden und hatte durchs Fenster auf die schneige Landschaft geblickt. Die Frau wohnte nahe bei dem Häuschen des Klaus und konnte seinen Hof und Garten überblicken. Da sah sie etwas Sonderbares, erzählte sie, ein weißes Rehalte springenden Laufes über die Wiesen und auf seinem Rücken saß ein weibliches Wesen. Die Frau hielt das für einen Spuk und wankte erschrocken vom Fenster zurück, durch welches sie in derselben Nacht keinen Blick mehr zu tun wagte. Da haben wir's, rief Klaus zornig aus. Die Dirne ist uns entwischt und die ganze saubere Sippschaft steckt nun zusammen im Wald bei den Wald Feen. Da mögen wir nur auf der Hut sein, dass uns das Gesindel nicht noch einmal einen Schabernack spielt. Beinah ganz Friedrich Roder machte sich nun auf die Beine, um im Wald noch einmal herum zu stöbern. Aber da war nichts Wunderbares zu sehen. Mit blau-roten Nasen und halb erfrorenen Händen von der Kälte kehrten die Leute wieder zurück in ihre warmen Stuben. Als Mechthildes die Kunde gebracht wurde von dem Verschwinden Lebellas war sie hoch erfreut. Sie zweifelte und so der rohen Behandlung entrissen war, die sie eine Zeit lang erdullen musste. Ach, wäre mir doch auch ein solches Glück beschieden, dachte die edle Jungfrau. Schwere Prüfungen traten an sie heran. Sie sollte sich nach dem Willen des Vaters nun verheiraten, und zwar mit einem Ritter, der ihr nicht gefiel. Es war ein roher Mann, ein rechter Haudegen, der durchaus nicht zu dem zart beseiteten Mädchen passte. Mechthildes weigerte sich entschieden. Der Vater war erzürnt, aber als er auf dem Krankenbett lag, nach einer im Kampf erhaltenen schweren Wunde, verzieh er seiner Tochter und erfüllte ihren Wunsch, indem er ihr eine Klause bauen ließ auf der Anhöhe, die sich dicht bei dem Wald befand, in welchem wir unsere Freunde haben verschwinden sehen. Nachdem der Vater gestorben war, zog sich Mechthildes als fromme Klausnerin von der Welt zurück und lebte in stiller Waldeinsamkeit in ihrem kleinen Heim auf der Anhöhe. Aber mancher Arme fand den Weg dorthin und wurde von ihr beschenkt und erquickt. Ob sie ihre geliebte Freundin Silvana dort wieder gesehen hat, wir wissen es nicht. Jedoch verschiedene Leute wollen bemerkt haben, dass mitunter um die Klause sich ein lichter Schimmer gewoben hat. Es ist wohl zu glauben, dass Silvana in Verbindung mit der guten Mechthildes geblieben ist. Und Martin? Auch von ihm fehlt sichere Kunde. Aber da sein Körper nirgends gesehen worden ist, hat er gewiss seine Zuflucht im Feenrevier gefunden. Er hatte ja tief bereut und schwer gebüßt. Jahre vergingen. Die Leute vergaßen endlich, dass dort Feen hausten. Die fromme Klausnerin war gestorben. In den Wald bei der betreffenden Anhöhe trang man immer mehr mit Axt und Säge. Die Wildnis wurde gelichtet. Von Feenzauber war nirgends etwas mehr zu erblicken. Aber wenn noch heutzutage ein Menschenkind durch den Wald geht, welches ein gutes, lauteres Herz besitzt und mit Freude und Andacht die Schönheit des Waldes betrachtet, dann fühlt sich dasselbe angeweht, wie von Viehengruß und Geisterwonne. Waldes Zauber denkt es wohl in tiefster Seele und weiß nicht, dass alles von Geisterhauch belebt ist, der ihm den süßesten Frieden zuweht. Freilich, die holden Gestalten selbst sind verschwunden, ebenso wie unter den Menschen der Glaube an ihr Dasein. Wer an Wunderbares nicht glaubt, wird auch Wunder nie erleben. Dasein. Dasein.